Ach, die landen natürlich hier auf den Molo. Das ist doch scheiße. Ich kann reinflaschen, dann können wir pushen. Okay, Achtung! Truck glaube ich hier ab oder so. Weckdrehen! 10 Sekunden! Plente! Ja, Truck! Schön! Schön! Die durch, die durch! Nice! Lässt du rüber, Anfang? Ach, sehr gut. 12 HP. Andere 12. Truck stehen wahrscheinlich jetzt. Ja. Der rafft dich nicht. Der Full defused durch! Der defused! Der defused! Oh, du bist doch nicht. Was? Was ist denn hier? Hä? Genau. Was war das denn? Ich weiß auch nicht, was er gerade hatte. Der war doch am defused, wie ist der an die vorbeigelaufen?